moin freunde was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen video heute geht es mal weiter mit der vn wie ihr bereits seht habe ich den tank schon lackiert wenn ihr das video dazu noch nicht gesehen habt da oben geht es natürlich gleich weiter könnt ihr euch das ganze ruhe noch mal anschauen ich habe hier bereits schon neuen fender verbaut weil der originale hat absolut nicht zum bike gepasst das ist jetzt der original fender von der harley davison sportster evolution und muss sich natürlich etwas anpassen weil er viel schmaler ist und nicht so ganz auf das bike gepasst hat aber jetzt sitzt es soweit ja was ich heute vorhabe ist schon mal den sitz bauen und das ganze werde ich aus gfk machen dazu muss das bike erst mal auf die bühne und einmal komplett mit folie eingewickelt werden und dann geht es weiter 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 mit so Freunde das Bike ist eingeharzt jetzt ist mal trocknen lassen eine Ewigkeit später so Freunde die erste Schicht ist auf ist auch schon mittlerweile ausgehärtet jetzt kommt der nächste Step und zwar habe hier so Blumenschaum Blöcke hier besorgt und die habe ich jetzt hier schon auseinander geschnibbelt ja die werde ich gleich hier drauf kleben und mir halt Form anpassen wie der Sitz werden soll ja und dann kommt halt die zweite Schicht mit Laminivo so let's somebody take so 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 so